hallo leute ja wir sind hier unten immer noch haben aber wohl schon alte bauten gefunden die wir hier hatten und hoffen dass wir jetzt irgendwo die rampe finden wo es hoch geht wieder eine oberfläche wir schauen nach dem logo mal ob wir das entdecken so steigen wir mal ab und gucken noch mal also bin mir nicht sicher kann das hier gewesen sein hier sind keine rampen mehr hier sind wir bestimmt nicht hochgefahren oder vielleicht sind wir hier hochgefahren also hier wäre überall möglich zu fahren dann gewesen ich glaube ich gucke mal da rechts jeder sieht mir danach aus als ob ich hierher gekommen sein könnte aber vielleicht bin ich hier dann runtergeflogen oder so sieht das hier gegraben aus das ist ein loch nach unten glaube ich hier kommen wir nicht hoch oder das war jetzt nicht so toll geklappt muss ich noch mal diesen ecke hier weg machen jetzt fahr doch da einfach hoch stellen wir ab sind wir von hier gekommen hier ist eine rampe sind wir im kreis gefahren das war doch die rampe von eben oder kann das sein oh man wo ist unser auto hier da müssen wir auch noch da noch mal absteigen und hier diese ganze sache mal weg machen damit wir hier fahren können jetzt ist das noch nicht weg gegangen oder was so jetzt aber da ist auch was dran gebaut oder sieht auf jeden fall so aus mal absteigen und mal hier was wegnehmen damit wir hier hochkommen ja hier sind wir schon mal gewesen ich hoffe es dass wir hier irgendwo jetzt mal eine rampe finden sieht also gleich aus ne biomasse haben wir nicht mehr ist hier was ich sehe nix oh man hier vielleicht lang sind wir hierher gekommen da wären wir runter gefallen glaube ich nicht sind wir hier durch gefahren ich glaube nicht hier irgendwoher ne von hier sind wir ja gerade gekommen oder das heißt höchstens hier noch lang gar nicht hierher ja das sieht alles nicht danach aus oder kann man hier hochgefahren sein ne hier nicht hochgefahren oh man doch hier lang wo sind wir her gekommen hierher gekommen sieht eigentlich nicht danach aus aber hier sieht so ein bisschen so aus als ob hier einer einen weg gebaut hat aber ich hole mal das fahrzeug hierher wenn man denn noch wissen wo es ist ne sind wir hier lang gegangen ich glaube ja hier muss irgendwo unser auto sein oh oh da ist es zum glück habe ich es gefunden man sehr interessant hier ne was machen wir jetzt hier weiter fahren eigentlich sieht es hier so aus als ob wir hier lang kommen hier sind wir doch durchgebrochen wahrscheinlich oder könnte sein kein plan wo wir hierher gefahren sind wir haben wieder keinen strom mehr hier hier sind wir hier her gekommen auf hier Hier bin ich nie durchgefahren, das sieht man doch. Wenn dann eher hier vielleicht hergekommen. In so einer Pflanze sind wir bestimmt mal ganz schnell vorbeigefahren, oder? Oh Mann, ich habe keine Vorstellung wo ich bin. Komme ich da rüber? Wahrscheinlich nicht. Okay, das geht hoch. Fangen wir mal hier lang, komm hoch, 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 ja, hast es geschafft, wunderbar. Vielleicht fahre ich auch schon die zweite Runde hier durch, keine Ahnung. Hmm. Kommen wir da hoch? Ich hoffe, ja. Mir kommt so ein bisschen so vor, als ob ich hier schon mal war und im Kreis gefahren bin. Obwohl dieses Auto nicht so wirklich, oder? Ja. 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 Das hat geklappt, dass wir da hochkommen. Hier oben kommt irgendwo das Böse weg. Aber hier sieht es echt nicht gut aus. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. So absteigen und den anderen Dingen drauf machen, ne? Oder wir hatten noch Kohlenstoff, ne, oder? Achso, den Generator haben wir hier gar nicht mehr dran, ne? Den haben wir hier irgendwo anders, oder was? Hä? Habe ich den falschen Spielstand geladen? Oder habe ich den weg getan und, ne? Keine Ahnung. Hat nicht so geklappt, wie ich soll. Aber das wäre mir jetzt auch egal. Wir sind sowieso die ganze Zeit hier unten nur am Suchen. Ob ich da jetzt einen Generator auf dem Anhänger habe, oder was anderes wäre jetzt auch egal, oder? Das sieht jetzt hier nach einer großen Halle aus. Da fahren wir erstmal hin. Schauen wir mal. Gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier Strom tanken. Der muss, glaub, dafür runter, oder? Ja, der war falsch, der ist richtig. Sollen wir den einmal da drauf machen und dann müsste er jetzt das Auto laden, ne? Machen wir das erstmal. Die muss auch noch voll, die Batterie, dann können wir erstmal ein ganzes Stück fahren. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd hier unten den Ausgang zu finden. Ziemlich spannend, ne? Der letzte Punkt geht noch voll. Und dann da einsteigen und dann fangen wir mal hier rechts lang. Kommen wir da so lang? Ich glaub schon, oder? Ja, sieht gut aus. Die Schräge schaffen wir auch. Wunderbar. Und hier ist die große Halle erstmal, ne? Hier lang. Kommen wir da hoch, ja. Kein blassen Schimmer, wo wir hier sind. Ja, fangen wir erstmal dran vorbei an dem Ding hier. Ah, hier ist schon wieder was gebautes. Wer weiß, wie viel der Runde wir jetzt schon machen. Jetzt muss ich gerade, glaube ich, hier mal gucken, dass ich zwar nicht direkt hier aussteige, aber hier aussteige und hier mal gerade was glätte. Damit diese Teile hier weg sind, damit ich hier rumkomme. Weil da kann man rüberfahren. Da sind wir mal rübergefahren, sagen wir es so, ne? Das ist nur die Frage, wo wir herkommen. Ne, da möchte ich jetzt gerade nicht reinfallen. Ich suche so ein Ding eigentlich auch, wo da drum herum Quarz ist. Da ist ungefähr wo wir reingefallen sind, meines Erachtens. Okay, das sieht so aus, als ob hier gebaut worden ist, oder? Aber das kann schon die zweite Runde sein und wir haben es verbaselt. Hier ist auch ganz viel Hartz. Hier so was schon mal gesehen? Bestimmt, ne? Oh Mann, ich glaube da waren wir schon. Das Loch kenne ich schon. Wir sind schon wieder im Kreis gefahren wahrscheinlich. Dann lass uns doch mal weiter links fahren. Vielleicht finden wir doch noch den Weg hier raus. Da lang. Jetzt kommt es einem langsam schon alles so bekannt vor, ne? Jetzt hat man hier überall schon war. Das sieht nicht so aus, als ob ich daher gefahren wäre. Den Hügel bin ich schon mal hochgefahren. Dann lass uns mal hier lang fahren. Und jetzt kriegen wir das mit dem Fahnen jetzt schon hin ohne Rampen zu bauen, ne? Da lang oder da lang? Ich glaube da lang. Hm. Ja, haben wir geschafft. Das sieht alles so gleich hier unten aus. Das ist das hier für Material. Malachie. Ja, irgendwie sieht das jetzt nicht so aus, als ich hier raus finde. Lass mal gerade hier rechts gucken. Tja. Ist dahin eine Rampe? Ich bin zu weit weg vom Dingens schon wieder. Vom Fahrzeug. Lass uns wieder zurück zum Fahrzeug gehen. Ich muss da nämlich noch wieder hinfinden. Das ist das nächste Problem. Wo ist unser Auto? Hier nicht. Wo ist unser Auto? Wahrscheinlich da. Oh Mann ey. Ist es da, wo das Latarit angezeigt wird? Ne, wir werden sterben. Ist hier das Auto? Ja. Glück gehabt. Puh. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich habe keine Ahnung, wie viel Folgen wir hier noch brauchen, bis ich wieder rausfinde. Vielleicht fahre ich auch einfach so durch die Gegend und ihr seht es dann, wenn ich dann irgendwo die Runde gefunden habe. Ist ein bisschen tricky gerade. Warte. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Warte mal. Gibt es doch so einen Kompass hier auch, oder? Wo waren die noch? Machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Glocke findet, dass ihr ein Abo abschließt. Und falls ihr das dann auch noch cool findet, dann könnt ihr es auch auf anderen Kanälen teilen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier stehen geblieben bin. Aber ihr macht das schon. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.